Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Letztest. Wir testen Tobi's Island. Das ist noch in der Alpha, das sage ich vorab. Es ist noch in der Alpha. Es ist total niedlich gezeichnet. Der Entwickler hat wohl alles selber aufgezeichnet, habe ich mir sagen lassen. Ja, und es ist noch ein bisschen tricky. Ich habe auch mal so reingetestet. Sich da zurechtzufinden ist nicht einfach, möchte ich kurz vorab sagen. Ja, es ist so in etwa wie Re-Legends, aber noch ein ganzes Stück mehr am Anfang als Re-Legends. Aber es könnte, es könnte sehr, sehr schön werden, wie der Entwickler das Ganze weitermacht. Ich will das auch mal antesten, will mal reingucken in das Spiel, mal gucken wie es ist und alles drum und dran. Denn, ähm, ich habe mitbekommen, dass der Entwickler sehr, sehr nett wohl ist und, ja, die Arbeit, die er reingestellt, wenn er wirklich alles selbst gezeichnet hat, wie mir gesagt wurde. Krass. Das ist wirklich echt krass, so weit ein Spiel selber zu machen. Mega. Ja. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein. Ich kann meine Maus... Moment. Ich muss... Das ist sehr laut, obwohl ich schon eingestellt habe. So, wir spielen mal den Story-Modus. Ich bin mal gespannt. Also, es gibt noch nicht, noch nicht sehr viele Areas zum Erkunden, alles drum dran. Es gibt viele Quests, die noch nicht zu Ende geführt werden können. Ich sag's, es ist noch eine Alpha. Es steht zwar über die Access, aber es steht auch oben, äh, Tobis Island Alpha Bild. Feedback, äh, es... Und, die haben wir ein Team. Tell me what you love, what you hate. Okay. Also, es sind anscheinend schon ein paar Leute mehr dazu gekommen. Es ist nicht mehr nur einer. Ich lass es mal alles so. Ich hoffe, es geht jetzt. Das hat sich umgestellt. Ich hab das nächste Mal runtergestellt. Ich schwöre, es ist umgestellt. So. Kann ich es irgendwie laut machen, Moment? Ich hoffe, ich kann es wieder laut machen. Ich habe Angst. Nein, ist okay. Ihr seht schon. Der Grafikstil ist halt irgendwie ein anderer als bei Wii Legends zum Beispiel. Aber man sieht halt, dass es alles selbstgezeichnet ist auch. Must have hit my head. Da hast du dich in den Kopf gestoßen haben. Ich versuche es wieder blind für euch zu übersetzen. So gut wie es geht. Im Englisch ist es auch nicht perfekt. Oh, das ist schlecht. Ich nehme an, das ist sein Fluss gewesen. Also man kann hier wohl auch Monster tame und züchten und alles drum und dran. Nur halt unter anderem Grafikstil. This is really bad. Okay. Thank you. Okay. Ich versuche sich mal selber zu beruhigen, was nicht funktioniert. Completely... Okay. Ich brauche etwas zum Unterstellen. Right now you are stuck on an Island. Puzzlebell alone. And this icon shows if you are getting hungry. Ah, okay. Now it's frozen. We will freeze Tobias Hunger in Cutscenes and Puzzles because we are cool and dead. Okay. Also, rechts unten das Symbol wird uns anzeigen, wenn wir Hunger haben. Aber in der Story wie jetzt ist es während Cutscenes gefreezed, damit man keinen Hunger bekommt. Don't get deserted. Food will be hard to find at first. But as you play, you will find new ways to obtain more and better food. Now get out of the rain. Have fun. And remember, taste bad. Okay, jetzt müssen wir essen. Mit Leertaste kann ich Sachen aufheben. Was gefunden. Wow. Ein gravierter Fisch. I wish I could read the text. Aha. Kann ich auch nicht lesen. Ich bin unfair. Unfair. Ich will da rein. Ganz billig hier abgekattet. Ein Kultvormalick climb up. Ist up my only option. Das ist auch jetzt unser Assoside. Ob ich schon da hoch soll? Ich will mal nicht da hoch. Ich muss da hoch. Okay. Kann ich hier lang? Nein, okay, lang geht es auch nicht. Habe ich ein Inventar? 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 Ah, hier ist ein Inventar. Okay, Tobi hat 24 Leben. Das ist eins. Settings, Skills, Status, Ability. Okay. Ist das unten? Also, warte mal. Das hier. Ist das der Hunger? Oder das Leben? Ich habe zwölf Slots in meiner Tasche. Rockface Beach. Äh, wieso? Da liegt was. War gar nicht so schlimm. I'm gonna get hit by lightning. Nein, bitte nicht von Bitz getroffen werden. Ungeil. Der ist ein Experimental, die shiny... Was? Shiny Shell, sticking out of the sand. Der nimmt. Geht nicht, bedankt. Geht noch höher. Ich finde es süß. Ist das mit einem RPG Maker gemacht? So, so, ne? Mit eigener Textur und alles klar, aber... Grundbasis RPG Maker? Das würde mich interessieren. Hallo, wer bist du? Oh my gosh, finally. Mein Mensch. Äh, ja? Wait, don't you just move it? Okay, der hat geredet. Ich bin ein Massive... Nein, ich habe es nicht weggedrückt. Warte, ich habe es nicht weggedrückt. I really, really, really like looking after stuff. Cool gezeichnet. This is not weird for you. Das ist nicht seltsam für ihn. This egg, the responsibly is killing me. It's not even shiny. So, you take it. Das ist auf dem Ei und gibt uns das einfach so. Einfach so. Ohne irgendwie... Okay, okay. Why should I take it? I don't know where its parents are. And we all know, eggs don't hatch anymore. I don't even know why I was hatching it. I just feel right. Okay, das ist nicht sein Ei. Er hat es schon draufgesetzt, weil es hat sich richtig angefühlt. Okay. Think, what are you helping me? Okay. Wir helfen ihm, indem wir das Ei nehmen. Das können wir, glaube ich, ausbrüten bestimmt. Das wäre mega gut. Er haut einfach ab. Was ist gerade passiert? Ja, das würde ich auch gar wissen. Und warum haut der Vogel einfach ab? Ich muss bitte in die Steuerung reinkommen. Die Steuerung ist irgendwie ein bisschen tricky gerade. Ich habe nichts zu essen, ich muss irgendwas zu essen finden. Nein, warte, 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 warte. Nothing and water. No and Earth. We can get her. Wie ist er hierher gekommen? Das wäre vielleicht nur irgendwann erfahren. Geht's nicht lang. Ich mag den Grafikstil. Schön gemacht. Hier geht's nicht weiter. Ich bin an der obersten Gante. Ich sehe nichts mehr. Kann ich hier was machen? No. Okay. Gucken, was passiert, wo wir jetzt hinkommen. Das Spiel wurde mir auch so ein bisschen vom guten Glück empfohlen. Ganz leines bisschen. Er hat mich damit getriggert. Sagen wir mal, er hat mich getriggert damit. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie Legends. Da dachte ich mir so, Okay. Finde ich cool. Was ist das? What is that? Und was ist das? In der I need to get out of sign, are there people air? Da sind ja irgendwo Leute, stimmt, hier sind Hütten. Ist ja oben auch noch mal eine Hütte gewesen. Ich glaube, ne? I hope they don't mind, heaven is lit. Ich würde einfach nach unten gehen, eigentlich. Aber okay, ich gehe nach oben. Hallo? Ist da jemand hier? Es scheint empty. Tja, hier ist auch niemand mehr. This might be a good place to leave something. Soll ich das Ei jetzt hier lassen? I don't know who's this is, but I might hold on to it. Is the rain not stopped? I'm going to have to... Wow. Nein. Okay, wir sind verbunden, nach dem Motto. Probably should have just said it in there. Luckily, I don't think that shadow hands... Oh, notice me. Ich versink ein bisschen selbstmitleid so ein bisschen jetzt langsam, ne? So ganz minimal. Okay, es ist Tag geworden. Weil nothing was has wandered in and eat me. Okay. Es ist nichts eigenes Kommen und hat ihn gegessen. Das ist schon mal was Positives. Was war das Ding, was oben lag? Was da in der Ecke oben lag? Ich behalte das mal. Oh, X-Space-Shift. X. Ah, mit X erfinde ich das auch. Okay. Was ist jetzt hier draußen? What else is this? Was ist das? Die ist super süß. They are playing right with the Black Shadow Wars. Oh, da oben können wir was looten. Das da oben, das sieht sehr nach RPG Maker aus, diese Animation. Weil das hier sind genau diese, diese Blöcke. Where did they go? Hier ist ein Haus. Da ist auch nochmal ein Haus. Habe ich doch richtig gesehen, das sind Häuser. Is anyone here? What have you gotten yourself injured? What? Okay, er redet glaube ich jetzt nicht selber so ein bisschen. Muss sich aber wahrscheinlich zu beruhigen. Äh, look around and... Versuche gerade einfach nur rauszufinden, was das hier ist. Warte, ich will looten. Hier kann ich doch looten, oder? This one looks perfect. Ja, das ist so ein bisschen der RPG Maker Style. Finde ich aber cool. Ich mag hier den RPG... Oh, hier ist auch noch was. Moment. Construction. This is a construction sign. You will find this all over the island. Anywhere you can do an upgrade. Okay. Not quite too many things. Meins. Schmied. This gives me an ID. Just in cause I'm stuck here for any real time. New blueprint learner. Okay. Hammer. Ich will bewegen. Was ist hier drin? Take it. Take it. Geh mich alles mit. Läuft. Was ist hier? Sunny. Use this place. It looks like it makes for a great workshop. Begin crafting. Wir haben ja... Hammer X. Shop for locks for wood. Acordi construction repair. Ich habe mir zum Beispiel vorher dann nichts angeguckt. Der alte gute Club hat mich damit getriggert. Mich drauf gebracht. Aber ich habe mir dann nichts bei ihm angeguckt. Ich wollte mich halt nicht so spoilern. Ich habe bloß das Trailer-Video heute gesehen. Okay. Ich kann mir beides machen, oder? 1, 1, 1. Müsste ich mir beides machen können. Es gibt kein Minigame, oder sowas. Gut. Okay. Wie kann ich das ausrüsten? Toolbell. Ah. Okay. Skills. Keine. Der kann doch nichts. Durch W. Ah. Guck einer an. Das ist das Toolbell. Ah. Okay. Gut. Mit Alt. Nothing to chopper. Ah. Okay. Kann ich? Das geht noch an bestimmten Bäumen dann auch, ne? Okay. Was ist das? Verschlossen? Okay. Das ist verschlossen noch. Das ist ein Labyrinth. Es wird dir helfen, dass du viele Dinge aufhörst, aber es ist nicht in der Demo. Also das gibt es momentan noch nicht. Da ist auch was. Da ist ein Haus. Ich finde lustig, wie die Texte geschrieben sind. Das wird mein Haus nämlich an. Lass mich hingehen. Ähm. Guck mal, was ist hier. Das sieht aus wie ein Trophy Case. Battlecraft Fishing Story. Okay. Ein Bett. Okay. Warte. Nee, der geht runter. Moment, 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 Moment. Moment, Moment, Moment. Der geht runter. Die Musik ist, glaube ich, sogar APG Maker. Wenn ich jetzt, ich glaube. Oder? Die Musik kommt mir sehr bekannt vor. Pardu, please. Not now. Okay, sorry. To bother you. Thank you. I'll make it up to you late. Ähm. What were you expect, huh? Nicht, wenn du erwartet hast. You are... Not Pardu. Was going to say, you are a human. It's fine. Don't mind me. So you are not afraid of me. Okay. Die Schlange wundert sich gerade, dass wir halt nicht, äh, überrascht. Schlimm, dass da eine Schlange ist. Die spricht, sozusagen. Er ist auch ein bisschen verschreckt. Er schreckt. Getting bad. It is more understanding human things. But you really don't look afraid. I just hit my head a little while back. So I'm thinking this is all. Okay. Er denkt, es ist alles nach Insulation. Er denkt, das ist alles nicht echt. Er läuft hier rum, günstig und... Wow. Ich kann es nachvollziehen. How is it looking for you? None of... It doesn't have me yet. Okay. Er ist ganz cool, weil noch keiner der Illusion hat versucht, ihn zu essen. It's okay. Name ist Koda. I... Tobe will not eat you. If that helps. Name ist Tobi. And thank you. It definitely helps. So, what are you having trouble with? What even is this thing? Okay, so sollte ich es helfen. Klassiker. You did it. Ähm, ja, es ist, ähm... Okay, ich habe jetzt einige Sachen gefunden, wo ich den mit weiß, dass das RBG-Maker ist. Aber er hat komplett alles selbst gemacht. Das finde ich echt schön. Aber die ganze Grundstruktur. What excitedly... Did I do? You got it to power on. I've been trying for months. Okay, wir haben geschafft, was die Schlange seit Monaten versucht hat und nicht gekonnt hat. Go tell Harvors. Die Tobi hat das bloß vorhört. Na, ist irgendwas aktiviert worden. Nations. I totally understand everything now. Da ist nix. Wie geht's auch noch raus? Aha, pffekt. This place is insane. Oh ja. Es ist echt. Ach, das ist hier. Ah, okay. Moment. Wo ist die Schlange jetzt hin? Hier rein. HP, 8%. Die behalte ich. Ich geh mal nach links. Oh, nee, ich geh nach links. In die Bibliothek. Oh, hier ist noch was. Okay, ist auch verschlossen. The door seems to be stuck shut. Okay. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Ich geh mal nach links. Hier geht's. Oh ja. Und dann mach ich das. Und dann mach ich ein gleiches. Let's play davon. Let's test. Let's play. Das ist hier die Frage. Mhm. Spiel Ladebildscheren Ah Was, was jetzt? Das ist eine Farm Es sieht aus, wie jemand hat sich wirklich geholfen Da haben wir schon mal eine Farm Schön Halb Mensch, halb Motte Okay Kann ich anklicken Uh, hier sieht es schön aus Warte mal Schade Hätte es sein können, dass wir da weiterkommen Ne, hier unten ist auch nichts Okay, da haben wir eine Farm Da können wir uns Essen anbauen Theoretisch Hier haben sich die Grafiken verschoben Hier Moment Ne, Maus Hier Das hat sich überlappt So ein bisschen Und das ist das Problem, was hier ist Das hat sich verschoben Das kennt ihr aus dem RPG Maker, das Problem Hier auch Hier oben Da hast du das Problem auch Er hat als Grundbasis den RPG Maker wahrscheinlich genommen Das sieht sehr danach aus Diesen Fehler gibt es nämlich im RPG Maker auch Oh, Pizza Ah, Pizza Nice Hier rein Wo ist die jetzt hin Hier Wo ist die kleine Schlange hin Die muss doch hier irgendwo noch stecken Oh, die Pilze waren gewachsen Zurück Ich will zurück Ich will zurück Ich will zurück Was Das ist Das ist ein wirklich großer B und es spricht Das ist ein wirklich kleiner Mensch und es spricht Okay Der ist erschrocken, dass alle Tiere reden und die Tiere sind alle erschrocken, dass er spricht Grave Don't move Humans can't see things That aren't moving What? Okay He's still looking Plan B Ok 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 Just move slowly And he didn't see you Is there a T-Rex? Funktioniert nicht What the heck Was that? Ja, die Biene hat Angst gehabt Die hat gedacht, dass Menschen einen nur sehen können, wenn man sich Ich bin besser Ok Ich mag den Humor, den der Entwickler hat, muss ich jetzt mal so sagen Also die kleinen Details Gefällt mir A key I wonder if that bug with the Who will it drop it? Maybe it's for one of the locket door Oh Wo ist die Biene hin? Nach unten? Nach oben Nach oben bestimmt, oder? Ich geh erstmal nach oben Die ist irgendwie hier rüber Das ist irgendwie hier lang, oder? Ich glaub schon Mal gucken, ob wir sie finden Unten, das war wie so ein Fuchs Ich weiß, dass es ja auch Monster gibt Man kann auch gegen Gegen die kämpfen Oder ist auch so einer? Ist schon was zum Kämpfen, oder? Hm Ich überlege, ob ich kurz speicher Ich find's lustig, wie schnell man ist mit Shift So, ist das Speedway Das ist voll gut Was haben wir hier? Say, definitely put the doors There becomes the way Want me to open them Okay Now How do I actually get open? Ich hab ja vermutungen, wie man das offen kriegt Ich seh da etwas Soll ich mal was essen? Okay Warte mal Hm, da muss man irgendwas drauflegen Zwei Keys Ich geh mal speichern Dann machen wir mal den ersten Kampf Ich geh aber erst speichern Ich hab mir jetzt den Schlüssel Oh, vielleicht komm ich ja Jetzt in irgendein Haus rein Das mit der Das Haus mit der Flasche war quasi War ja zugeschlossen Vielleicht komm ich da jetzt Nicht das hier Perfekt Das ist cool gemacht Das ist schön Das sieht gut aus It looks like a wizard Lips Hier Erstmal die Kiste Guck Lame Da ist nichts drin Okay Okay, hier ist auch nix Niemand da Alle haben bis jetzt irgendwie Angst vor uns Bis auf die Schlange Die hatte keine Angst vor uns Die hat sich irgendwie auch gefreut Uns zu sehen Vor allem war sie begeistert Als wir das aktivieren konnten Einfach so Achso Warte mal Ich weiß ja oben Ist die jetzt hier? Ne Okay Dann müssen wir kämpfen gehen Dann kommen wir wohl nicht drum rum Warte mal Die Biene hieß da Moment Moment Mal Ich bin jetzt wieder hier unten an dem Teil dran Mal gucken Hier Nein Wo ist denn die hingegangen? Die müssen ja dann Die können nur noch Ich würde dann nach links Okay Ich gehe nach links Ich habe gespeichert Ich gehe nach links Ich habe aber Essen dabei Ich habe alles dabei Sollte man hinkriegen Habe ich eine Waffe? Stock Ich habe einen Stock Rüste bitte einfach die Axt aus So ist es angenehmer Gibt es eigentlich eine Map? Ich habe mal gucken Gibt es eine Map von der Insel? Ne Okay Was ist das da? Was ist da oben gewesen? Hallo Oh 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 He's been a while Science Even seen A human Try not to die It's probably best You don't go down This cave has crabs You shouldn't go into this cave Okay Okay Wir sollten nicht Also die versucht uns zu schützen Dass wir nicht da reingehen Weil Da ist Ziemlich gefährlich wohl Ohne Richtige Rüstung Lässt sie uns da nicht rein Because of the crabs Okay Ich glaube es ist Teil der Böse Ist es aber gar nicht Oh Das haben wir ihn hier gefunden Wo geht das hin? Kriege ich so einen? Also Von den beiden da It should be watched It should be watched For a giant rolling Right about Lauf Okay Das war tricky Ich habe jetzt damit gerechnet Dass die zwei Startoen wach werden Harkon Oh Okay Okay Jetzt müssen wir nach unten Dann nach links Und Fluss Sind wir hier Ah Schöne Bäre Hier ist ein Kristall Da stehen wir ja schon später An der Karte Ich meine Oh Das wollte ich nicht Entschuldigung Ähm Ich weiß ja nicht Die Tiere Die ganze Zeit Ne Vielleicht Können die uns ja Irgendwann eine Karte Geben Wenn das noch Die größte wird Dann verlasse ich mich Das weiß ich Ist hier was Nach links Na geht's nach oben So wie so ein Labyrinth Gerade anscheinend Okay Okay Aber es gibt keinen Tag Nacht Oder so ne Okay Hier ist nichts Hier komme ich Nach rechts Komme ich wieder zurück Ich will alles dieselbe Ebene sein Ich gehe mal nach links Oh das ist cool gemacht Da war was Oh Wer war das Wer oder was war das Muss doch was essen Ich muss das Zeug essen Wie viel muss ich denn essen Das habe ich neu Levy Egg Maybe you can hatch it Da war was Da ist noch was auf dem Boden Hier lang Hier ist mit meiner meiner links Mal gucken was passiert Strand Oh Gott Was ist das denn So ne Sportstelle Oder was soll das sein Ui Okay So einmal hier hoch Nehmen wir Nehmen wir Nehmen wir Pilze Ja Das soll auch nicht so sein Glaube ich Ja Hier komme ich nämlich auch nicht mehr raus Hab mal gefunden Okay Was ist hier unten Ne Okay Da ist hier nichts weiter Um ist das Tor Da geht es nicht lang Schwierig Aber es ist recht groß Also es ist nicht irgendwie klein Man kann halt schon jetzt Überall Oh Gut Man wird gewarnt Das ist schön Okay Die Rüben bringen echt viel Stopp Allerdings war eine Blume Aber ich weiß nicht Wozu brauche ich das Eis Ich meine mit Alchemie Und allem drum und dran Wäre ich jetzt auch nicht anfangen Noch nicht Ich hab ein zu viel Ich hab ein zu viel Ich esse das mal auf Nehm ich den noch mit Ich verlasse mich gerade oder Also richtig So kommt Ich hätte da dann Gemusst Ich glaube ich gerade so richtig Okay warte Was ist hier Nach oben Da war ich noch nicht glaube ich Ne Doch hier war ich schon Okay kann man Ich zurückgehen Ganz nach rechts Und dann gucken Ich muss ja wiederfinden Eigentlich Sollte ich wiederfinden Da darf ich nicht rein Da lässt mich nicht rein Ja gut wohin Dann Nach unten Nach unten Stimmt Hier Genau Immer nach unten Wohin Den wir dich haben Aspekt Is it wrong that I want to pet him Nein Ich find das cool Ich find den auch voll knuffig Abstand Abstand Die kochende Suppe Ist das ein Geisterschild? Okay Da kann ich noch nicht lang wahrscheinlich Das war ein Fehler Achso Ist noch nie da Mensch Oh oh Ähm Ich würde gehen Ja Geh Lauf Renn You not go Human You special guest Special Special Tasty guest Oh ja Lauf 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 Renn 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 That sounds like a perfect reason for me to go I'll see you guys around Lauf Lauf Really For some reason Oh Die sieht chic aus Okay Ich weiß nicht wo ich jetzt hin soll Ich hab keine Ahnung Ich find die kleine Schlange nicht wieder Ich find die Bienen nicht wieder Die sind alle Irgendwo hingesummt Oh Essen Nochmal essen Hier war ja auch nichts drin Wo sind die alle? Ich glaube ich werde Vielleicht doch mal so ein bisschen Oh let's play Vielleicht so hier und daraus Warte mal 700.000 pounds Floating hier Riesener fliegender Kristall Da macht man Erfragen Das fragt man nicht Ist ein Kristall Der fliegt halt Das passt schon Ich denke Ich werde jetzt speichern Erstmal So Das kann ich auch machen So Dann werde ich vielleicht Offscreen mal wieder gucken Wie es jetzt weiter geht Dass ich euch das dann quasi zeigen kann In Ne kann ich nicht Ja Cool Gucken was jetzt passiert Vielleicht zieht da nicht jemand ein Wenn ich das abgeräten So Oh Gott Gucken was jetzt passiert Ob hier jetzt jemand einzieht Look Complete So Genauso aus wie vorher Jetzt kann ich reingehen Was ist drin Toolboard Search No Save tools To end From your tool Bet Oh Hier kann ich das upgraden Und hier kann ich das ablegen Alles klar Was brauche ich für unten Warte mal Hier Warte 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 Jetzt fehlt mir noch Holz Ich habe noch zwei Holz gehabt Wo ist die Schlange hin Ich glaube ich werde mal pennen Und mal gucken was passiert Ich speichere Dann pende ich mal Genau Jetzt glaube ich mal Vielleicht passiert da dann was Ansonsten werde ich Offscreen mal gucken müssen D2 Hier sehen wir uns Wo was Okay Dann werde ich erst mal Das für die Folge belassen Und mal offscreen gucken Ob ich irgendwas finde Wo es hier weiter geht So Dann würde ich sagen Sehen wir uns In der nächsten Folge Ich denke ich mal noch ein paar Folgen Dann guck mal Also wenn ich weiß wie es weiter geht Mache ich noch eine Folge Dann würde ich sagen Sehen wir uns In der nächsten Folge Bis dahin Tschüss